ich glaube mal kurz mich müden und ganz laut schreien jetzt nachts mein tagsüber ging das, konnte man mal ganz laut schreien jetzt in der nacht ist das doch eher schwierig ja das problem ist, ich muss ja auch noch die verteidigung hier halten ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist, aber ich werde hier gelegentlich permanent angegriffen ich kann da nicht einfach noch eine Fünfergruppe raufziehen vor allem weil du auch immer berücksichtigen musst, dass das ganze unter Kontrollierbarkeit auch immer schwierig ist effektiv noch zu steuern, aber ab 5 wird es schwierig ich meine damit nicht ab 5 Bier kommt und saugt noch ein bisschen schneller hier so, Fünfergruppe davor das bisschen was da kommt, ja das bisschen was da kommt, radiert halt meine Basis aus, wenn man keine Beteiligung steht ja wohl, ernte ihn mit ab wer kam auf die Idee, dass es so, na also, dass es eine tolle Sache wäre, wenn man da jedes Mal liest, Einheit zerstört ich meine es stört jetzt nicht, aber warum es ist aber brauchlos 5 Stück, 5, das ist die Zahl erst ewig nicht raus schießen wollen, aber dann 2 Kilometer weit schießen wollen jetzt schießt ihr alle nur auf den Palast, aber nicht auf die Dienisbombs Einheit, ne ich sollte nur noch tagsüber streamen, wenn ich ganz laut in der Gegend rumschreien kann oder dass es Ruhestörung ist das würde so viele Dinge erleichtern so viele Dinge glaubt man gar nicht so, wie hart tangiert ist die KI, dass jetzt keine Ressourcen mehr so effektiv auf dem Feld sind also, ich könnte unten nochmal welche erzeugen jawohl in Ordnung hm, kann ich mir herstellen das höre ich gerne ne, das höre ich ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerne höre jawohl in Ordnung 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 Jawohl. 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 Hier geht doch. Boah. Macht mal den da weg, bevor ihr euch wegmacht. Das sind zwar nur Maschinengewehre, man sollte meinen, das macht nicht viel, aber... Okay, ähm, der letzte Fleck kann nicht mehr abgehandelt werden, gibt's nämlich nicht mehr. Wahrscheinlich die KI schon so ein bisschen tanken. Jetzt kommt wirklich nichts mehr. Ich sag jetzt nicht, die KI ist so ein bisschen tatsächlich drauf programmiert, sich... ...so ein bisschen runterzufahren, sobald keine ressourcen wir da sind. Ich meine... Sind wir das realistisch? Ist der KI doch völlig egal, ob die noch... Können wir diesen Palast mal killen? Nein, aber sicherlich nicht. Wollen wir mal mit zwei. Das Ding muss ja noch platt machen. Na komm, ich will kill den mal. So, ich muss nochmal durchzählen. Zwei, drei, vier, vier, sechs, neun, 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 neun... Da steht auch noch noch scheiße. Oh, danke! Junge! Jawohl! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! Mt! Jawohl! Jawohl! In Ordnung! Jawohl! In Ordnung! Jawohl, In Ordnung! Jawohl, In Ordnung! Gut, kümhe das jetzt auch mal platt machen. Danke. Ich weiß nicht, manche Sachen repariert er einfach. Nicht nur manche, da hört er einfach nicht auf, sie zu reparieren. Wahrscheinlich speziell ein Markierer geworden, ich weiß nicht. Bitte mal weg mit dem Markierenturm. Nein, nicht meinen eigenen Angreifen. Bitte nicht. Bitte nicht meinen eigenen, das wär nicht so geil. Ah. So, jetzt muss ich nur noch die Waffenfabrik zerstören. Ja, das hat er jetzt zum Beispiel. Oh, der braucht keinen Strom, ne? Das ist ihm scheinbar völlig egal, ob er Strom hat oder nicht. Was, was? Moment, ich hab deinen Bauch. Ich hab was? Ich hab doch keine Bauch? Anlage zerstört. Wieso kannst du Zeug bauen? Was? Ich muss auch nicht, er hat noch eine. Nein, das kommt nicht von unten. Los, hackt. Okay, ich bin auch noch mal das Wasser. Ist doch nicht wahr jetzt. Der hat noch irgendeinen. Der hat noch einen Bauhof. Du, das ist ein No, dass der noch einen hat. Oh Gott, das heißt, er kann da auch gleich jederzeit einen neuen Turm hinbauen. Ach. Ach. Verschuldigung. Jawohl. 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 Hallo, ich hab aber noch eine zweite Einheit hingeschickt. Ach. Ja, bis die da ist, ist der Kampfhäufe vorbei, ne? Jawohl. 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 Wichtig mitbekommen. Geil. Ich freue mich, ja. Ich komm immer noch mehr. Ich komm immer noch mehr. Ich komm immer noch mehr. Hier brauchen wir noch einen Sammler Wenn irgendwas irgendwo irgendwann irgendwie eingeschlagen ist Dich und Dich und Dich So jetzt muss ich die Hakone noch platt machen Okay, hier steht schon mal nix mehr groß Da steht schon wieder eine große Fabrik Hier ist noch einer, da bauen die auch gleich so automatisch noch so wenig Untergrundzeug mit So was kann er von so vielen Neubauern wie er will, so dass er nicht immer wieder zerstören kann Ist ja alles gut Es hört auch nicht auf Es wird jetzt wieder mehr habe ich so das Gefühl Ja, hallo, hallo Siehst du, da ist passiert kaum, ziehst du auch nur eine einzige Einheit ab Kommen sie halt schon einfach an dir vorbei, so komplett ohne jegliches Problem Und auch nur den geringsten Weg des Widerstands fahren die einfach an dir vorbei Jawohl Jawohl Ach komm schon, necke ich doch einfach mal Ja, natürlich habe ich noch einen Sammler noch Wo zur Hölle kommt ihr denn jetzt alle her? Nein, ich kann das einfach abziehen, man sieht wie es einfach abziehen kann Nämlich gar nicht kann man das einfach abziehen Ach komm schon, killt das doch Hallo, wieso schießt ihr denn da nicht drauf? Junge Ja geil, jetzt gleich, nein, nicht angreifen, wiegen Super, ich muss jetzt die Basis von denen da oben platt bekommen, dann habe ich ein Problem Jawohl, 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 in Ordnung Jawohl, 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 jawohl Eine noch? Eine? Ein Dutzend wahrscheinlich. Eingesetzt, hier habe ich noch ein eingesetzt gewesen. Ja, ich merke wie ich die einfach abziehen kann. Dann können wir jetzt mal an die Angriffe so ein bisschen runterfahren. Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Jetzt stimmt ja auch wieder nur die Hälfte überhaupt noch schlimm. Bieso haben denn die Grünen noch was? Wo kommt denn das jetzt noch bitteschön her? Jawohl, in Ordnung. Ah, fuck. Wie hilft viel, oder was ist das jetzt noch? Die Einten. Wo alles oben steht jetzt schon? Jawohl, jawohl. Waren das alle ihre Bauanlagen? Nur ein paar Konnen, oder? Könnt ihr die mal töten bitte jetzt so langsam? Konnen Abschluss haben wir zerstört? Das ist eine Lüge. Ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht ihren Palast zerstört habe. Ich bin mir jetzt hier auch noch meinen Magen. Ich habe das Auto noch nicht mehr. Ähm. Ja, das ist ja der Rest der Basis. Ah, geil. Die treffe ich wieder nicht, weil da wieder alles im Weg ist. Da oben ist noch ein Turm. Ich möchte mal kurz gucken. Da ist eine Fabrik, die sollte ich auf jeden Fall mal killen. Da kommt irgendwas Grünes rüber an. Und die haben keine Bauanlagen mehr. Ich weiß nicht, warum wir noch was bauen konnten. Vielleicht, weil die Hakonnen noch Bauanlagen hatten? Ich bin mir nicht sicher. Jawohl, in Ordnung. In Ordnung. Jawohl. 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 So langsam muss das hier doch mal zu Ende jetzt sein. Oh Gott, ich hoffe, die Verteilung hält noch lange. Ah, fang mal da weg. Muss ich von vorne kommen, neben zu kehren, sonst wird dem's nix. Jawohl. 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 ein Gewehr zu verlieren. Können wir diesen Nuklearbetrieben irgendwas in die Luft springen? Okay. Ach, fast geschafft. Fast. Der Rest halt noch scharf, ist die Frage. Ah, ja, ja, ja. Oh, das ging jetzt voll schnell. Bitte mal das da noch wegmachen. Da kommen Einheiten raus, das müssen wir mal abstellen. Das müssen wir mal dringend abstellen. Jawohl. 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 Dann stellen wir mal die Einheiten da ab. Die sind auch so ein bisschen lästig, muss ich sagen. Jawohl. 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 So musst du dich jetzt in der Uhr entscheiden. Fahr doch einfach weg. Niemand mag dich, verpiss dich. Nee, nix, Pause. Neue Einheit, komm. Kann ich da mal rumfahren, dass ich die Fabrik angreifen kann, ohne dass mich gleich wieder irgendwas in Fetzen sprengt? Wie geht das? Das scheint zu gehen. Gut, tun wir es. Oh, danke. Weg mit dem Scheiß, da wird das nun auch weg. Weg, komm. Was willst du denn jetzt? Dich hat keiner eingeladen zur Party. Wieso sieht der mich jetzt? Wollt ihr mich trollen? Jawohl. Er wollte mich trollen, komm, dann kill das Ding. Komm schon. Jawohl. 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 Ach nein, das sind da die Bastoren. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wo nehmen die überhaupt noch die Einheiten her? Grün gibt's nicht mehr. Jawohl. 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 Okay, aber von da rechts, ja. Wie kommen da noch blühen Einheiten hier? Na eins, ob wir das jetzt wissen. Komm, kill das mal. Ich wufe, du. Aber nicht. Du lügst. Warum lügst du? Warum musst du ständig lügen, Delfinio? Warum kannst du dir einmal die Wahrheit sagen? So, ich müsste diesen Turm noch wegbekommen. Ich bist doch da drüben. Nein, nein, fahr da weg, fahr da weg, fahr da weg. So, kannst du da drauf schießen, ohne dass der Turm zurückschießt? Scheint möglich. Hm, oder auch nicht. Vielleicht ist es auch nicht möglich. Ähm, so. Komme ich euch da raus und da rüber. Weil der rechte Trupp und der linke Trupp müsste ich zusammenführen. Dann geht da noch was. Ähm, so, jetzt sollten aber die Angriffe langsam mal... Die Sadokar können noch angreifen. Wir sollten aber auch nichts mehr bauen können. Jawohl. Also, Neugebäude, technisch. In Ordnung. Es sei denn, da steht noch irgendwas, was ich nicht sehe. Ich will es nicht ausschließen. Jawohl. In Ordnung. Feindliche Einheit nähert sich. Ah, ja. Jawohl. Was? Feindliche Einheit nähert sich doch ständig. Warum stehst du da? Jawohl. Jawohl. Wie voll bist du? Durch den Unterkehr. Das ist man hier in einem schönen V. V wie wie? Wo ist die Leine? Wo muss ich Bauen sind? Nee. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. In Ordnung. Hm. Niemand möchte jetzt hier Bauen sind Arme. Ach Gott. Ich brauche mal wieder eine neue Einheit, bitte. Oder 10. Ich wünsche, ich hätte noch einen zweiten Sammler, aber da ist es gerade nicht. Und ich baue jetzt nicht noch einen neuen. Das lohnt nicht mehr. Leider wahrscheinlich so gar nicht. Die Saduka. Weil die keine Einnahmen haben. Da müsste man ja... Alter. Ich kann ja auch nicht mehr aufhören, jetzt stimmig mit den scheiß Fahrzeugen zu kommen. Alter. Komm schon. Jetzt ist dein langsam Alba. Ich kann mal in Polraschlacht mit Dune-Kanzlerie dich mit denen verbünden und die bauen. Das ist der Kaiser, aber auch tot. Oh, Alter. Ich habe gar nicht gedacht, wo kommt jetzt auf einmal diese ruhige Riesenbasis daher. Aber jetzt ist nur mein... Nur mein Mauspfeil. Alles gut. Alles in bester Ordnung. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es gibt ganz viele Gründe zur Panik hier sammeln. Ernte die Seelen meiner Feinde für mich. Jawohl.